Digitalisierung ist die beste Investition in die Zukunft. Denn digitale Technologien und Know-how sind heute der entscheidende Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Deshalb unterstützen Bund und Länder speziell kleine und mittlere Unternehmen finanziell bei der Umsetzung ihrer digitalen Transformation. Ob es darum geht, Arbeitsprozesse zu digitalisieren, Beratungsleistungen in Anspruch zu nehmen oder Mitarbeiter zu qualifizieren. Die Fördermöglichkeiten sind ebenso vielfältig wie die zahlreichen Fördermittelprogramme. Gar nicht so einfach, hier den Überblick zu behalten. Aber keine Sorge, wir, die Deutsche Telekom, gemeinsam mit unserem umfangreichen Netzwerk an spezialisierten Partnern, helfen ihnen bei der Umsetzung ihrer Digitalisierungsstrategie und führen sie unverbindlich und kompetent durch den Dschungel der zahlreichen Fördermittelprogramme. So erhöhen wir signifikant ihre Förderchancen. Starten sie noch heute in ihre digitale Zukunft und sichern sie sich bis zu 70 Prozent staatliche Zuschüsse. Prüfen sie jetzt mit wenigen Klicks ihre Förderchancen.